Hier können wir dann unser Holz nehmen. Boah, wir haben überall so richtigen Schrott. Den braucht man nie im Leben. Das ist so, als wäre man messy. So, Schrott weg, Schrott weg. Und... Lauf und wir holen uns erstmal Rubber. Komm, Pair. Pair. Da ist noch was. Dankeschön. Hier haben die nichts mehr, da haben die auch nichts mehr. Hier haben die noch was. Schön. Das war's. Wir bräuchten eigentlich noch ein paar Rubberbäume. Eindeutig nicht. So. Acht Stück. Geht ja noch. Haben wir auch noch 30 Stück. Gut. So, wir brauchen... Kupfer. Und wir müssen daraus... Wenn ich mich nicht irre. Eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs. Sechs mal... Nein. Drei. Nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Boah. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Wir brauchen drei davon. Also... Ach, das ist Bronze. Shit. Das ist ja Bronze. Haben wir noch Bronze irgendwo? Nein. Silver. Steel. Zinn haben wir hier noch. Wir haben da noch Kupfer. Ja. Ich wette, wir haben unten noch was. Aber ich bin jetzt zu Fall runterzulaufen. Ich hab's sogar noch unten gesehen. Ich videot. Eins, zwei, drei. So, dann brauchen wir noch... Ja, ich hab jetzt keinen Zinn mehr. Boah. Eins, zwei, drei. Na? Haben wir wirklich keinen Zinn? Okay, wir haben wirklich keinen Zinn mehr hier. Bloß drum brauchen wir im Moment nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wie ein Frostglass-Luminator brauchen wir auch nicht. Zinn. Silver. Aluminium. Block auf Aluminium. Ferris. Silver. Gold. Leakblock. Ironcoat. Nein. Wir haben kein Zinn mehr. Doch. Bock auf Zinn. Wie dumm bin ich eigentlich? So. Zinn. Drei Stück. Wo ist da? Da ist der Hammer. Eins, zwei, drei. So. Wie ging das nochmal? Iron, Bronze, Zinn. Gut. Zinn ganz unten. Iron, Bronze. Drei sitzen noch auf der Dachterrasse und einer sitzt am Dach. Kannst mal oben gucken. Mache ich gleich. Okay. Ach, wir brauchen das Neunfache. Ich Idiot. Drei, zwei, eins. Und da sind wir wieder. Wir brauchen das Neunfache. Ist mir aufgefallen. Also wir brauchen noch sechs davon. Wir brauchen fünf Iron. und wir brauchen Bronze ohne Ende. Wir brauchen noch fünf Bronze. So. Aber wir brauchen sechs Bronze. Ich Idiot. So, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Da. Haben wir unsere sechs Teile. Ab in den Kompressor damit. Lass sie laufen. Lass sie schmelzen. Lass sie sterben. Ähm. Ja, Kupfer. Wir brauchen Ich weiß jetzt nicht, wie viel nochmal. Aber wir brauchen auf jeden Fall ziemlich viel Kupfer. Wir brauchen 18. Wir brauchen also noch ein bisschen was. So. Und da sind wir wieder. Wir haben 18 Kupfer. Stimmt, die müssen wir jetzt Das sind 36. Ich glaube, ich habe zu viel gemacht. Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Haben wir. Egal. Das haben wir fürs Erste. Aber wir brauchen auch noch zwei. Wir brauchen also nochmal 18 Kupfer. Äh. Minus 12. Wir brauchen nur zwölf. Wir brauchen jetzt mal nicht nur zwölf. Wir brauchen, äh. Zehn. Oh. Eins, zwei, drei, vier. Nimm sie auf. Super. So. Wir brauchen vier. So. Daraus schneiden wir dann das Ganze. Jetzt haben wir 24. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Ich kann rechnen. Ich kann rechnen. Das gibt es kaum. So. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4. Da haben wir unsere acht. Das letzte. Und damit haben wir zumindest einen Bestandteil schon fertig. Fertig. So. Haben wir denn inzwischen. Ja. Super schön. Da haben wir auch unser Redstone. Das wird alles. Ups. Und. Hallo. Nehmen die mit. So. Damit haben wir diese Teile fertig. Energy Crystal. Die sind auch fertig. Die sind auch fertig. So. Ähm. Wir brauchten ein Advanced. Nein. Nicht das. Nein. Nicht das. Das. Ach. Sechs Kapper. Gut. Können wir machen. Zack. 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 So. Dann brauchen wir noch einen Iron Plate. Habe ich auch schon. Jum. Dann haben wir die Iron Plate. Da Redstone. Und schon haben wir den. Jetzt fehlt noch Glowstone und Lapslazuli. Das ist Salfa. Da ist Glowstone und das Lapslazuli. Komm. her mit dir. Schön. So. Glowstone. Redstone. Oh. Falsch. Da. Und. Die beiden. Und schon haben wir unser Advanced Zeug. So. Haben wir denn auch schon unseren Energy Crystal fertig? Super. Das bedeutet Energy Crystal Redstone 1, 2, 3, 4 und da haben wir unser Mining Laser. Den können wir jetzt natürlich nicht benutzen. Der ist leer. was für ein Problem. Jetzt müssen wir erstmal den Modus umstellen. Wir können nochmal den Modus umstellen. Puh. Wie ging das nochmal? Also als erstes müssen wir ihn laden. laden. Ich glaube das ist eigentlich fest. So. Ah da ist schon ein Mod Mining drauf. Gut. Dann haben wir damit auch kein Problem. Können wir auch mal gucken wie das läuft. So ein Mining Laser. Ich glaube ich kann ja. So. Tschüss.